hallo leute und willkommen zu einer neuen folge ETA TO GELTA oder die ETA Vorbereitung je nachdem was geht da ab? ja die letzten zwei folgen sind ja fehl geworden ich denke ich synchronisier die nach hier werdet ihr dann sehen äh joa einfach mal gar nichts mit aufgenommen passt schon joa wie viel brauchen wir 14 ne? äh 4 für den tisch und 10 fürs portal ok also wenn das mit dem tisch 10 fürs portal habe ich vielleicht nochmal joa ist eignet und es ist nacht nooo ich fühl mich wie ein Grabschänder wir sind Grabschänder ne ernsthaft ey stehst hier so im Regen hast ne Schaufel oder ne Spitzsack in der Hand ja und baust irgendwas ab so bin ich so bist du Grabschänder Tipps zu Stelle ey zur Stelle meinst natürlich wie viel hast du? 13 ist jetzt komm komm schon der letzte der letzte der letzte der letzte jetzt fliege ich sofort in die Lava rein danke dass du mich daran erinnert hast wo gehts denn zurück da hinten ne? ich glaube hier irgendwo ja oh der Regen sieht so authentisch aus in Minecraft ja so real nein ne ich jetzt ich hab meine ich hab meine Einstellungen ausnahmsweise mal auf der Creeper hat mich teleportiert what the fuck er hat mich so gesprengt dass ich nach vorne teleportiert wurde kacke bei uns ist auch ein Creeper oh oh no man ja ich kann jetzt auch noch eine Folge wieder weil ich mach noch einen Auflauf gerade nebenher ich hab noch einen Auflauf im Ofen was für ein einen nur der Schinken Auflauf oh oh ich hasse dich warum ich hasse dich warum denn ich hasse dich oh das Napfel oh das Napfel Bau einen Verzauberungstisch du Bitch lass mich in Ruhe ah wir haben keine wir haben kein Leder ne? wenn du alles verbraten hast nicht äh dann müssen wir Kühe noch suchen aber erstmal schlafen du musst Kühe suchen du hast das ganze Leder verbraten ja leck mich man ich weiß es doch ich stehe doch zu meiner Schuld hab ich eigentlich einen Shader drin? nein so ne scheiße man ich hab jetzt echt keine Leder mehr ne echt jetzt also ich hab die für die Frames verbraten ja dem Frames genau deswegen hasse ich dich nein Creeper 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 oh halt den vom Haus her ja komm hier aufs Wasser der ist doch nicht beim Haus der ist unten am ja nicht für dich kochen so hat er gleich den Zombie noch gekillt unter dem Wasser und ist nichts kaputt gegangen ha wie hab ich das gemacht Zawai sauber 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 ey hier ist ja auch alles offen kann ja auch jeder rein auch noch ein Skelett erstmal schlafen bitte es wird doch grad eh Gattentals nein wirds nicht komm dann wirds mal wenigstens aufzuregnen dann wirds mal aufzuregnen so da 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 oh da komm schon auf jetzt suchst du Leder so so solider so solider ja das wird auch wo findet man denn am besten Kühe ich denke mal da hinten so in die Richtung ne genau oh guck mal den Slime ein ja lol den müssen wir dann killen ach ich vergesse immer das der kleine hier sind schafe ach du kacke ach du kacke ach du kacke es werden immer mehr was denn oh mein gott oh mein gott oh mein gott ist das denn noch ein Creeper do the creep ich find keine Kühe man ich glaub wir haben erstmal genug Slimes Kühe es geht hier um Kühe nicht um Slimes es geht hier um beides das ist eine Lüge warum haben wir eigentlich so nah an der Wüste gebaut das ist doch einfach richtig unnötig ach quatsch ach was aber eigentlich könnten wir hier so eine Pyramide finden das wäre ganz nice das könnten wir tun ne da ist nur noch ein Creeper Creep 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 ich weiß glaube ich hoffe ich dann wie ich zurück gehen muss genau voll geiler Satz alter ich glaub jetzt auch weg ich kann dir die Koordinaten nicht sagen ja dann merkst du die ne der Name ist im Weg scheiß nur am fällen hier ach werden wir schon wieder finden ja ich schlaf eigentlich immer nur in eine Richtung also es sollte funktionieren ich bin so minimap verwöhnt bei mir ist jetzt deswegen ich kann mir das nicht mehr merken bei mir ist nur diese große Ozean gerade ich find hier keine Kühe man ich find nur Schafe hier Schafe find ich auch und Massen und da ja aber das wollte ich auch grad sagen ah hier sind Kühe ok Kühe gefunden hast welche? ich bin trotzdem nur Schafe ja man ich hab Kühe gefunden yeah so wie viel brauchen wir denn? für ein Buch ich weiß nicht wie viel das waren ich muss hier lügen nein für den Entarchment Table an sich nein für den Entarchment Table an sich naja gut wir brauchen ja noch Bücher ne ach so ein Buch ja das auch weil Bücher will ich dann auch noch verzaubern und vielleicht auch noch Bücher drumherum bauen damit wir dann höher verzaubern können irgendwann dass du gleich immer so verwöhnen musst ja ist so ist äh Klassik so erstmal alle Viecher hier abschlachten ich seh dich ich glaub die spawnen ja wieder ne ja kann gut sein ich seh dich trotzdem wie du siehst mich ich seh dich auf dem Berg da und bei dir nenne ich mich oh ich glaub jetzt rechts an deinem Berg vorbei oh da sind Schweine killen einfach alles killen letztes mal selbst was essen das mach ich die ganze Zeit schon oh hier sind wirklich viele Kühe was machst du denn? ich hab jetzt 13 Leder was machst du denn? hier sind 15 Kühe oder so ja ich hab ja schon welche gekillt da vorne standen ja auch schon welche so ja da kriegen wir auf jeden Fall genug Leder ich hab jetzt schon drei weiß ich nicht wie viele 18 Stück hab ich jetzt reicht das erstmal? ja mehr mehr nein ich schlag jetzt alle ab oh danke pvp ist ja an ja pvp ist nicht an ups naja kann vorkommen naja merk ich mir merk ich mir mit Verlusten ist es rechnen was machst du denn da? alle Kühe schlachten ja aber das ist doch nicht cool natürlich nur der Schinkenauflauf ja nur der Schinkenauflauf ich hab 14 Leder 22 ja komm das reicht ich will mehr ja komm wir müssen hier abschlachten mehr wenn das Boni nicht mehr unternehmen den Salat so da hinten war es äh hinten ist rück ne ja dann erstmal ne Pilzsuppe schau wie du wie du da was geht hier unten da geht es tief runter ist eine höhle würde ich sagen dass auch eine guckte da so an ich will sein spitzhacken in den ozean geschwommen ich will jetzt meine spitzhacken mittlerweile 30 verzaubermann ne bin ich nicht übernehmen ich bin im wald lang gegangen so schön also ein sandstrandgang sandstrand gar an strandgang was laber ich da für eine scheiße ja mir geht das irgendwie nicht anders ich mag aber das texture pack das gefühl das sieht aus wie das faithful was ich in ticket benutzt habe das tp ist echt geil alter und stamm man auf beschreibung vorliegen stießen interessiert sich eh keiner für schafe ein letztes checken hat man will zuppen genau ein bisschen was anderes hey das ist unser haus unser schäbiges haus ein zylinder hässlich sieht aus wie ein gigantischer pilz oder so genau ich weiß nicht was du für pilze hast in welchem urwald du lebst also wir haben hier eine natur und geschichtsfahrt genau neben haus ja aha ja steht dann ein paar stellen immer die touristen bei euch vom haus und fotografieren dich oder das ist der ureinwohner hier von diesem gebiet kommt sehr selten vor ist gamer so ich mache mal papieren wo habe ich denn schere stein papier habe ich gewann nein hast du nicht hier geht dieses ziehen schon in der version muskul i like this ein bisschen sechs stück webe ich mal auf für eventuelle funktion ich habe 36 haben wir zucker hier hier papier papier so ich habe ein sechs zucker wo ist die kräftigen da oben in der mitte wo ist die kräftigen in der mitte ein ziemlich verarschen die ist hier nicht das ist zwei kräftig welches in der mitte ja clever what the fuck man clever 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 und dein leder aber auch nicht mehr ja hier ich habe 59 fleisch hast du noch mehr papier nein ich muss das mal wieder was anpflanzen papier geil papier geil dann pflanzt was an papier geil so so machen wir so so machen wir da haben wir ein ja ich bin ja voll mal geil alter holzt du mal ein bisschen holz ab ich ich mache gerade ich unsere farme weiter ich auch gerade noch ein mal zweimal nein jetzt fehlt genug 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 das genug fehlt fehlt genug was geht denn genau das fehlt genau ein buch wie genau ein buch wofür denn für ein viertes bookshelf hier hat wo steht in seinen tage man table und wo stellen wir den hin mit den ganzen büchern in die ecke da und die ecke ist doch geil ich will jetzt nichts falsches machen ne warte mal das muss ja wollte ich auch gerade sagen ja warte mal hier kann er nicht dann muss er hier hin wo ich jetzt stehe hier auf dem blog genau und dann machst du hier drum die bücherregale also an der wand lang ich habe angst wenn man die abbauen muss denn kommen so wenn das hier ist schon wieder kacke nein es ist nicht das funktioniert sicher ja so kann man dann verzaubern dann verschwerte ich mal mein zauber und ich habe mich mit absicht also acht ist die acht ist die höchste verzauberung ne neun 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 hatte ich eben auch ja ich weiß nicht soll ich neun verzaubern oder nehme ich bücher ich habe es gemacht hast du bücher nein ich hasse minecraft hast du warum denn was hast du denn was hast du denn zwei zwei was neun elf kriege ich auch gerade hast du noch bücher hast du noch bücher also noch bücher ja zwei gib mal her wofür ja damit die verzaubern können ja wie soll man die verzaubern indem man die in den halte warte 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 die kann man doch nicht verzaubern gib mir ein buch und du darfst auch eins haben nein jetzt hast du beide ja was wirst du denn man kann bücher minecraft zaubern ja dann brauchen wir gleich noch einen armboss und dafür brauchen wir eisen ja eisen haben wir ja wohl mehr als genug so ich mache ein level 9 verzaubern ich habe jetzt federfall 2 ich kann doch meine zähne protection 1 geht doch schon geht doch geht doch meine letzten sechs kam mir 66 habe ich gesagt ich drei ich überlege ich mache noch eine level 9 verzauberung aufs schwert bahn 1 rückstoß 1 das ist gut jetzt habe ich noch zehn level und noch einen level 10 verzauberung die mein spitzhacke effizienz 2 let me die eh enter ich habe noch fehler falls mal gerecht weg na gut nicht so dann machen wir erfolgende pause und wir sind in der nächsten wieder bei 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 wo ist es wichtig Eter, Eter, Eter to Gitter, yeah, genau, bye.